Es ist wie das Fundament eines Wolkenkratzers. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann fällt der ganze Wolkenkratzer in sich zusammen. Das betrifft natürlich nicht nur das Maschinenbett, sondern alle Komponenten, die später in der Maschine verbaut werden. Also wirklich ein echter Experte. Ich habe nicht so viel versprochen. Herzlich willkommen beim RITES Tech Videoblog. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir klären heute mal die Frage, welche Gründe es für Granit im Maschinenbau gibt. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein echter Experte auf dem Gebiet? René Maschlanker von RITES Natursteintechnik in Asla. Hallo René, schön, dass du da bist. Hallo Christina, ich freue mich auf deine Fragen. Das freut mich. René, vorab mal kurz die Frage, was genau machst du denn bei RITES Natursteintechnik? Was sind deine Aufgaben? Was ist dein Job? Ich bin Maschinenbauingenieur und bin seit 2016 bei RITES beschäftigt. Ich bin seit 20 Jahren mit dem Werkstoff Granit vertraut. Und meine Aufgabe bei RITES ist es, Vertrieb und Projektmanagement zu betreuen. Und da natürlich sehr kundennah den Kunden bei der Verwendung von Granit zu beraten. Also wirklich ein echter Experte. Ich habe nicht so viel versprochen. Und wie kamst du zum Maschinenbau direkt? Ja, Maschinenbau. Ich hatte früher so die Wahl, gehe ich in die Naturwissenschaft, gehe ich in die Pädagogik oder werde ich Arzt. Und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, in die technische Richtung zu gehen, weil das alles eigentlich so erklärbar ist, weil das auf Naturgesetzen beruht. Und da ist alles logisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Rechtswissenschaft nehme, das ändert sich ständig. Also du bist eher so ein Typ, der auf die Logik aufbaut. Ja. Hat ja in deinem Job auch wahrscheinlich Vorteile, so ein Charakterzug. Das ist alles erklärbar. Sehr gut. Dann starten wir doch mal damit mit der Frage, welche Herausforderungen gelten denn in der heutigen Zeit beim Maschinenbau und vielleicht auch speziell beim Werkzeugmaschinenbau? Also die moderne Produktion, die wird ja immer schneller, immer genauer, immer präziser. Da kommt es natürlich darauf an, dass die Prozesssicherheit gewährleistet ist. Prozesssicherheit heißt, zuverlässig, wiederholbar Produkte in einer geforderten Präzision herzustellen. Und was hat das Ganze jetzt mit dem Maschinenbett zu tun? Das Maschinenbett, das bildet für die Werkzeugmaschinen, für Maschinen und Anlagen, sagen wir das mal so, prinzipiell die solide Basis und wie auch alle Komponenten der Maschine. Aber insbesondere das Bett, das ist wie das Fundament eines Wolkenkratzers. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann fällt der ganze Wolkenkratzer in sich zusammen. Und so ist es beim Maschinenbett. Das Maschinenbett nimmt letztendlich alle auf das Komplettsystem wirkenden Lasten auf und bestimmt dadurch maßgeblich Geometrie und Dynamik der im Prozess auftretenden Kräfte. Das betrifft natürlich nicht nur das Maschinenbett, sondern alle Komponenten, die später in der Maschine verbaut werden. Und welche Eigenschaften hat denn jetzt Granit genau? Also Granit, der ist ja vor mehreren Millionen Jahren entstanden, liegt also schon ewig in unserer Erde, ist dadurch sehr eigenstabil und spannungsfrei, hat hervorragende thermische Eigenschaften. Der Ausdehnungskoeffizient zum Beispiel liegt bei circa 6 mal 10 hoch minus 6 Kelvin. Und Granit ist schwingungsdämpfend und weitere Eigenschaften. Er ist nicht leitend, er ist rostfrei und beständig gegen aggressive Medien. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für mich, wo diese Schwingungsdämpfung Anwendung findet? Ja, dann nehmen wir einfach mal das Beispiel einer Werkzeugmaschine. Werkzeugmaschinen, die sind früher aus Guss hergestellt worden, wegen der schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Gusses. Granit wurde jetzt im Speziellen entdeckt, weil die Schwingungsdämpfung wesentlich besser ist als beim Guss. Und das hat zum Beispiel Auswirkungen in der Bearbeitung. Die Werkzeuge haben eine längere Standzeit und die Oberflächen der bearbeiteten Flächen, die sind um ein Vielfaches besser. Hat das dann auch mit der Genauigkeit was zu tun? Also dass man sagen kann, dass es dann auch genauer ist am Ende, weil da geht es ja wirklich um Mühe. Gehe ich mal von aus? Ja, auf jeden Fall. Durch die Schwingungsdämpfung habe ich weniger Rad am Magen, entsprechend auch bessere Flächen und höhere Genauigkeiten. Ja, und neben den physikalischen Eigenschaften ist natürlich eine Eigenschaft vom Granit, dass ich ihn sehr gut mechanisch, händig im Mühebereich bearbeiten kann. Da hat der Granit aber ganz schön viele gute Eigenschaften. René, lass uns mal vorstellen, ich wäre jetzt ein Kunde und ich habe zum Beispiel abgeraten bekommen, um ein Maschinenbett aus Granit zu fertigen, weil mir gesagt wurde, ach komm, das ist für High-End-Anwendungen. Würdest du das unterschreiben? Aus der Historie heraus wurde der Granit anfangs für die Messtechnik entdeckt. Da ging es insbesondere darum, hohe Messgenauigkeit zu erzeugen über die Temperatureigenschaften des Granites beziehungsweise die Eigenstabilität, die da genutzt wurden. Zunehmend wird aber die Produktion schneller, dynamischer und mit der Dynamik muss die Prozesssicherheit steigen. Aus dem Grund werden die Eigenschaften wie Schwingungsdämpfung immer interessanter. Und so entdecken zunehmend Branchen wie die optische Industrie, die Druckindustrie, Werkzeugmaschine, Halbleiter den Werkstoff Granit für ihre Maschinen und Anlagen. Ja, das sind ja schon ganz schön viele Branchen, die davon jetzt auch profitieren können. Wie sieht es denn aus mit weiteren Vorteilen, die jetzt der Granit hat in dem Fall? Ja, weitere Vorteile. In der heutigen Zeit reden wir ja sehr viel von Nachhaltigkeit. Stimmt. Der Granit, der ist ein Naturprodukt. Der liegt einfach in der Erde und muss nur gefördert werden. Es sind keine energieaufwendigen Prozesse notwendig, um den Werkstoff zu veredeln. Und somit hat Granit eindeutig eine sehr gute CO2- und Energiebilanz aufzuweisen. Bedenken der Kunden gibt es immer hinsichtlich der Kosten. Hier besteht die Meinung, Granit als Werkstoff ist ein sehr preisintensives Material. Dem kann aber widersprochen werden, indem wir als Hersteller frühzeitig in die Entwicklung neuer Produkte eingebunden werden und hier schon eine granitgerechte Fertigung berücksichtigen können. Also macht es schon Sinn, die Experten von REITS, also eure Experten, so früh wie möglich in den Prozess einzubinden? Auf jeden Fall. Ist es nur wegen der Kosten oder hat das auch noch ablauftechnische Gründe vielleicht? Im Wesentlichen, um unnötige Kosten zu vermeiden, je eher wir eingebunden werden, desto besser. So René, jetzt nochmal ganz präzise auf den Punkt gebracht. Welche Eigenschaften hat denn der Granit, die für uns jetzt von Vorteil sind? Also um es kurz und bündig nochmal zusammenzufassen, kann gesagt werden, die herausragenden Eigenschaften des Granites sind die thermischen Eigenschaften, die Schwingungsdämpfung, als drittes überschaubare Kosten und natürlich die Nachhaltigkeit. Das sind alles sehr gute Gründe, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns. Ja, ich bedanke mich ebenso. Sehr gerne. Und wenn Sie noch Informationen brauchen oder die Experten von REITS kontaktieren möchten, blenden wir jetzt alle Daten für Sie ein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und vielen Dank. Es lohnt sich.